Wandern für die Seele. Wohlfühlwege im Naturpark Ruhrmark. Das neue Buch von Thomas Dörrmann. Erschienen im Droste Verlag. Wunderbar Wanderbahn. Höchster Wandergenuss auf rund 4000 Kilometern Wanderwegen. Und das im Dreieck zwischen Ruhrgebiet, Niederrhein und dem Münsterland. 20 Wohlfühlwege. Versprechen entspanntes Wandervergnügen. Auf der Suche nach Auszeit? Kein Problem. Thomas Dörrmann hat die Touren getestet. Ob Panoramaturen mit grandiosen Weitblicken, Verwöhnttouren fürs leibliche Wohl, Entschleunigungstouren für Ruhe und Besinnung oder belebende Erfrischungstouren am Wasser, für Körper und Seele. In Wandern für die Seele ist alles drin. Abwechslungsreiche Wandertipps auf entspannten Routen, für Touren zum Wohlfühlen. Romantische Genussmomente garantiert. Alles drin, alles dran, alles dabei. Und die GPS-Daten gibt's auch noch dazu.